Ich habe mich entschlossen, ins Kloster zu gehen. Als die 21-jährige Teresa ihrem Vater diesen Plan verrät, kann der das nicht fassen. Das schönste Mädchen von Avila, die mit ihrem Charme wie ein Magnet auf Männer wirkt, die will auf schicke Kleider, Feste und Tanz verzichten? Und wie soll er selber ohne seine Lieblingstochter auskommen, nachdem seine Frau gestorben ist und Teresa sich so gut um die jüngeren Geschwister kümmert? Aber Theresas Entscheidung steht fest. 1535 tritt sie in ihrer Heimatstadt Avila in den Karmel ein. Dort lebt sie allerdings zunächst ein Doppelleben. Sie sagt, auf der einen Seite rief mich Gott, auf der anderen Seite folgte ich weiter der Welt. Erst nach 19 Jahren erlebt sie eine tiefe, wirkliche Bekehrung. Beim Anblick einer Statue des leidenden Jesus trifft sie urplötzlich die Erkenntnis, dass all das aus Liebe für sie geschehen ist und dass Jesus sie meint und sie erlöst hat. Von da an wächst eine tiefe Freundschaft zwischen ihr und Jesus und darum nennt sie sich Teresa von Jesus. Ihre Lebensaufgabe wird die Reform ihres Ordens. Sie gründet neue Klöster, in denen Gott allein genügt und schreibt zahlreiche Bücher. In einem ihrer Bücher schreibt sie, beten ist für mich wie das Gespräch mit einem Freund, mit dem man oft und gerne zusammenkommt, weil man sicher ist, dass er uns liebt. Mir persönlich helfen ihre geistlichen Erfahrungen sehr, weil sie so normal sind. So betet sie zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag, Zitat, Herr der Töpfe und Pfannen, darf ich dir anstatt gewonnener Seelen die Ermüdung anbieten, die mich ankommt beim Anblick von Kaffeesatz und angebrannten Töpfen? Mach mich zu einer Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller putze. Um eine tiefe Freundschaft, die uns im Alltag trägt, bete ich heute am Fest der Heiligen Teresa von Avila im Nachtgebet. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.